Das Management von Gewerbeflächen führt oft zu Konflikten. Lassen sich die Reibungspunkte entschärfen? Dass Immobiliendienstleistungen für viele ein wichtiges Thema ist, zeigt er auf der diesjährigen Expo Real der Empfang der Strabag PFS in der Wappenhalle. Dort gaben sich zahlreiche Branchengrößen einstellig ein. Die Gelegenheit nachzufragen. Ist die Dreiteilung in Facility, Property und Asset Management der richtige Weg? Wir machen das klassisch, so wie Sie gesagt haben, in dieser Abbildung. Also das Asset Management, dann dazwischen das Property Management und das Facility Management. Wobei für uns im Property Management sehr wichtig ist, ist das kaufmännische Facility Management. Das ist doch ein entscheidender Bestandteil und das ist eine sehr, sehr wichtige Basis auch für unsere Arbeit als Asset Manager. Also wir können mit dieser Dreiteilung, gerade im Property Management, auch mit diesem kaufmännischen Schwerpunkt sehr gut leben. Zufrieden zeigt sich auch Tanja Severin von der Siemens Real Estate. In Deutschland ist auf jeden Fall das Know-how gegeben. Gibt es viele große Gesellschaften, die sich in diesem Bereich Facility Management und Property Management hervorragend auskennen? Asset Management, muss ich sagen, ist noch Verbesserungsbedarf da. Trotzdem kommt es immer wieder zu Reibungsverlusten. Warum, sagt uns Dirk Brandt. Die häufigsten Gründe für Konflikte zwischen den Auftraggebern und den Dienstleistern liegen endgültig in der unklaren Definition von Service Levels und abgestimmten Qualitätsstandards und letzten Endes den Erwartungen, die die Kunden an die Dienstleister haben. Da werden Erwartungen dann enttäuscht, weil sie vorher nicht ausgesprochen werden und so kommt es zu Konflikten. Sicherlich würde das Verhältnis deutlich partnerschaftlicher werden, wenn man mehr Energie am Anfang in die Beauftragung und in die Fragestellung stecken würde, was erwarte ich und was bestelle ich von meinen Dienstleistern. Dann glaube ich, werden wir langfristig zufriedenere Kunden haben, bei denen wir die Erwartungen nicht enttäuschen. Ein oft genannter Streitpunkt ist das Reporting. Das sieht auch Peter Zeschlock so. Was wir aber heute immer noch extrem feststellen, ist, dass der klassische Asset-Manager einen Informationsbedarf hat, den er heute weder vom Facility-Manager noch vom Property-Manager geliefert bekommt. Wir erleben heute sehr oft eher einen Datenfriedhof, da werden viel zu viele Informationen geliefert und jeder sagt, ich habe meinen Job gemacht und wir sagen, die richtigen Informationen würden uns auf den Bruchteil reichen und wirklich aus Sicht des Asset-Managers gesehen viel exakter zu bestellen, was er braucht. Der Markt hat sich an die Dreiteilung in Facility, Property und Asset-Management gewöhnt. Aber einige halten das für zu viel des Guten. Der Markt hat sich so entwickelt und ich glaube, dass wir in Zukunft wieder eine stärkere Konvergenz dieser unterschiedlichen Management-Disziplinen, Management-Ebenen sehen werden. Bei uns, bei CBRE, haben wir zum Beispiel Asset-Management und Property-Management in einer Einheit zusammengeführt. Ich glaube, wir haben im Rahmen der Professionalisierung in der deutschen Immobilienwirtschaft einen Trend zur Spezialisierung auch gesehen und der nächste Schritt in dieser Kurve vom Simplen über das Komplizierte zum Einfachen, werden wir auch an der Stelle wieder eine Vereinheitlichung und Zusammenführung unterschiedlicher Disziplinen sehen. Ist da die integrierte Vergabe, dass das Asset-Management, Property- und Facility-Management in eine Hand vergibt, eine mögliche Lösung? Ich denke, ja, unter der Voraussetzung, dass es immer eine durchführende und eine kontrollierende Ebene geben sollte. Ich glaube, alles in eine Hand zu legen, ist vielleicht für den Eigentümer nicht der letzte Schluss der Weisheit. Aber ich glaube, wir brauchen keine Dreistufigkeit im Kontrollsystem. Alexander Hoff von Palmira Capital Partners sieht in der Dreiteilung sogar ein Strukturproblem. Schwierig ist, glaube ich, eher die Abgrenzung. Also wir haben ganz bewusst als Investment-Manager, wo Asset-Management ein Teil unserer integrativen Leistung ist, ist entlang der Wertschöpfungskälte bis ins Property-Management positioniert, weil wir eben sehen, es ist sehr schwer, es gegeneinander abzugrenzen. In unserem Bereich vielleicht nochmal deutlich, weil wer führt zum Beispiel den Mieter? Macht es der Property-Manager? Macht es der Asset-Manager? Wer ist der Hauptansprechpartner? Und deswegen haben wir die Leistung bei uns hier integriert. Wir glauben, in anderen Asset-Klassen ist das sicherlich noch deutlich schwieriger und wir sehen dort auch durchaus ein Strukturproblem. Andere Auftraggeber weichen von der klassischen Dreiteilung ab. Allerdings in Richtung einer integrierten Vergabe von Property- und Facility-Management. Zum Beispiel Frank Essing von der R&V-Versicherungsgruppe. Also in der Regel haben wir Vollverwaltungsverträge mit unseren Partnern, hier zum Beispiel bei der Strabag. Bei überschaubaren Objekten bedienen wir uns dann eben einer Teilverwaltung. Aber wir sehen die Vollverwaltung unter anderem eben bis auf das Vertragswesen bei unseren Partnern ausgegliedert, die auch dann zu unserer Zufriedenheit eben das Ganze erfüllen. Alles das, was der Partner zu unserer Zufriedenheit eben abdeckt, kommt auch dem Mieter unterm Strich dann zugute, weil letztendlich der Mietvertrag ist ausschlaggebend. Wir sind der Vertragspartner, der Vermieter, der Kunde, unser Mieter eben soll möglichst eben alles vor Ort dann mit unseren Partnern soweit abdecken und gegebenenfalls auch Probleme dann soweit lösen. Zumindest große Anbieter halten oft sehr viel von dieser Art der Vergabe. Ich denke, es liegen erhebliche Chancen darin, wenn Auftraggeber sich dazu durchringen, integriert zu vergeben. Das heißt, das Property Management und das Facility Management in eine Hand zu geben, weil dann die Schnittstelle im technischen Property Management obsolet wird und das Thema weniger Steuerung und mehr effizientes Abarbeiten bedeuten würde. Wir können noch nicht von einem Paradigmawechsel reden, aber wir erkennen im Markt durchaus auch erste Ausschreibungen, die dieses Thema adressieren und daran beteiligen wir uns sehr gerne. Wird also die bisherige Dreiteilung der Immobiliendienstleistung durch eine Zweiteilung abgelöst? Bis zur nächsten Expo wissen wir mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017